hallo und herzlich willkommen zur battle runde zwischen janik und mir direkt von anfang an gleich eine regel machen ohne geschütz habe ich auch mit nico gemacht das reparieren finde ich zwar gay aber naja das setzte nicht irgendwo war das bis andere mal kommt diese nachlade zeit man ich hab dir ein zittiges gegeben weil da ja bestens mag ich überhaupt nicht es geht noch simmetra geht auch aber darf simmetra spiele ich auch lieber im nahkampf als im fernkampf mit den kugeln und bitte hier auch die regel keine geschütze also diese diese laser dinge muss ja eh gammeln irgendwo denn wenn man da einmal reinläuft mini kugel attacke jo ja er läuft rein nice oh cool da kann man still schießen gut zu wissen aber muss ich jetzt echt hochkommen ach stimmt ja lol 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 als ob du schon so weit kamst ach René was ist denn los mit dir ich kann das überhaupt nicht einschätzen was wie weit unser strahl kommt oder oh nein oh nein hab mich Steven auch übelst nass gemacht echt? kannst du den gut? äh? kannst du den gut oder was? nein Steven hat mich da übelst nass gemacht ach Steven hat dich nass gemacht ja toll ob ich Steven nass mache na wer weiß das sah aus wie so ein drive by alter wie von GTA wo du da so lang gelaufen bist gerade lol geil ich mein äh Nico hat vorhin Steven mit Hans so nass gemacht ne ja oh ich bin einfach boosted ich bin einfach boosted ich bin einfach boosted alter warte warte oh shit ich bin nicht von allein oh Bakery nice für die geilen Helden ey wenn ich die oh warte mal ja paar ja 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 Das war der erste Win, jetzt Comeback, Alter. Ich weile mich immer noch darauf, dass ich Niko mit Rainer perfekt fertig gemacht habe. Rainer finde ich auch wie nice für ein Duell. Aber sonst habe ich bis jetzt nur verkackt. Scheiße. BAM! Was? Gib dir das, Junge! Hier! Hier! Was war das denn für eine Lackscheiße? Ich verliere halt, Alter. Was? Ich schieße mich selbst ab! Nein, 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 nein! Ja! 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 Ja, als Trost! Ich weiß nicht, was Qualität ist und was Lack ist, ne? Als Maul, ja! Das kann ich wahr sein! Ach Leute, wir sehen uns in der Rückrunde! Vielen Dank fürs Zuschauen! Bis dann! Trittpika! Sound! Tja! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen... Auf Wiedersehen! Bis dann!